Ups, und da hab ich die Aufnahme unterbrochen, obwohl ich eigentlich, äh, hier, click-safe'n wollte. Wo mach ich das doch gleich mal? Ähm, ja, wir haben uns die Schlüssel hinten aufgesammelt. Und natürlich, wenn man Schlüssel aus dem Regal aufsammelt, hier am Ende des Flurs geht da hinten natürlich ein, äh, ein Dinges auf und, äh, versperrt uns. Den Weg zurück. So, klar. Tschö. Noch mehr Text. Oh, nee, 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 jetzt fehlt das. Den, der Pratsch, jetzt fehlt das. Sind wir da favorite? Hm, hm, super, 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 super. Ja, die wissen also, dass wir, oh. Ja, das müssen wir schneller machen. Jetzt sind die Super-Soldiers. Ja, die Field-Test, Super-Soldiers. Ich will die ganze Division in Richtung Indien, bevor du in die Fakilien steigst. Wir müssen verifizieren, dass die Supersearchen aus den Bauer werden zu verhindern, wie du es dir bestätzt hast. So ein Relegant Lieutenant. Ah, du bist... Ah, oh. Lebeleife! What? 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 Die Stimme! Die Stimme! Ähm. Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! So. Also, er trifft nicht wirklich gut. Juhu! Hallo? Vielleicht, äh, sollte ich doch nochmal laden. Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Ja, war ja klar, ne? Also, du kannst diesen komischen Zettel da rumliegen. Und sobald wir das lesen, kommt da der tolle Supersoldier raus. Das ist sauber hingelegt. Die Tabletze sind liegen, mit Essen drauf, aber hier ganz sauber die Brettchen hingelegt. Ähm. Hm. Oh! Entschuldigung. Ja, das muss ich ja gerade niesen. Ähm. Wie zum Geier soll ich den, wenn der invalable ist, und Laser auf dem Kopf hat? Ich meine, ich kann ihn natürlich hier ins Gas zu lotsen, aber ich schätze immer nicht, dass ich hier drüberspringen kann oder durchcrouchen kann und ihn da reinlocken könnte. Ja, ich kann nix anderes machen. Ich muss jetzt gegen ihn kämpfen, hm? Also, kommen ja gar nirgendwo anders raus. Was ist hier noch? Okay. Ich will das eigentlich gar nicht lesen. Ich brauche unsere Superwaffe. Ich könnte mich verstecken. Ich könnte sagen, hier. Off. Ja. Das ist mir... Ich kann das nicht nur kein Kontrol. Ah! Lass mich raten, ich muss auf diesen Tank schießen. Ah! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Was... ...am... ...I... Help me! No! What am I? Okay! Gib mal 4 Schuss! Und jetzt? So, jetzt hab ich kein Munizum mehr. Hallo? Au! Moment, ich bin beschäftigt. Ja, ja. Kann grad nicht. Ist nix. Hallo? Hier und jetzt? Hä? Sag ich da irgendwie... Kann ich da hoch? Da hoch? Oder auch nicht? Kann ich auch. Ähm... Toggle Crouch? Toggle Crouch? Ah, nein. Verflügnisse? Okay. Da hab ich nicht alle meine Munizungen verbraten. Ah, aber... Ah, aber... Oh! Oh! Kommt der nicht, äh... Kommt der nicht zu mir? Hallo? Hallo? Gas ist für ihn vielleicht auch tödlich. Hallo? Ne? Hier bin ich. Hm. Ne, lieber nicht. Ja, ähm... Blick grad nicht so jans. Was... Was ich dann damit... M-mm... M-mm... Machen soll. Kann ich jetzt mit der Schlüsselfläche rein? Und hier komm ich auch nicht zurück, ne? Ah Komm ich da Komm ich nicht mehr zurück, oder? Ah, das ist doch Spiel Da war ja nur Maschinenraum Ist ja sonst nix Da war ja auch nüchtern Komischerweise hat dieser Komische Supersoldat Hat nicht diesen Tank Hier auf dem Arbeiter Da komm ich noch rein Dornob Ist ja super, dass der hier oben im Schrank liegt Es war auch klar, dass der dann rauskommt Ich weiß nicht Oh, ist das unser Lieutenant Oh, ist das unser Lieutenant? Oh, leid, der ist lang Lang Dreh sich schön gleich um Hallo Bin's, bin's nicht So, jetzt bin ich hier drin Und jetzt? Vielleicht gibt's noch Hinweise, wie wir es geschaffen können Oh, danke für die nette Gute Wässerungskarte Was, der hat einfach ein Kind aufgespießt oder wie? Oder was? Ähm 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 Äh, es ist bloß Okay Ah, ich hab wieder Muni Das heißt, wir können ja hier mal Quick-Safe machen Kann wieder arbeiten Wir sind wieder im Spiel Sozusagen Hallo So So Was springen wir zuerst? Juhu Kann ich nicht bemerken? Kann ich hier wieder reinspringen? Aber Das wäre Komisch Hä? Er lacht gerade Koch oder wer? Wir haben jetzt immer noch eine, oder? Nee Wir hätten nur eine Bombe Okay Dann können wir da wieder rein Einfach nur dafür da, dass wir wieder zurückkommen Ist ja Das ist ja auch lustig Ähm Ja gut So und jetzt Wir werden alle sterben Puma Stopp him Was? Hallo? Äh Bin ich auf dem Schrank erschlagen worden? Oder ist der gerade auf den Außen reingekommen? Schlecht so ein Traum Ah Lauf mit Furchtbar So Äh Das hier Jetzt haben wir mal gespeiert. Ja genau, wir haben jetzt die Bombe geschnappt. Wir können uns da oben jetzt durchspringen und dann... Da sieht da wohl irgendwie was doof ist. Komm, geh dir mal weg. Komm. Geh weiter, ich möchte gehen weiter. Tschüss. Schleichen. So. Ähm. Ähm. Sämmchen. Naja, das kleine Atmung ist... Wir werden alle sterben. Wie kommt es da durch? Ich weiß. Oh! 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 Was ist das da? Irgendwo hab ich ein Draht gebraucht Hallo Ich bin beschäftigt, kann gar nicht Er scheint wohl doch irgendwie relativ unverwundbar zu sein Was ist das da? Achso, da ist er auch noch durch Nein, wo sind überhaupt durchgegangen? Ah Skillpoints Irgendwo hab ich noch ein Stück Draht gebraucht Oh, wo war denn das? Verdammt Weiß nicht mehr Lass jetzt an Hallo? Irgendwo hab ich hier ein Stückchen Draht gebraucht Achso Boah, ist ja dunkel Boah, ist ja dunkel Ah, ist immer so ein Dings Komm ich denn jetzt hier nicht mehr zurück, oder wie? Äh, wo war denn das? Äh, wo war denn das? Äh? Was ist das so rum? Äh, wo ist der Wurscht? Ist alles durchgebrochen? Wo haben wir? Aber das ist doch nichts, was ich anschießen kann, oder? Das ist das, der hat nicht diesen, diesen Tank Diese Tank ist ja vorne Äh, gar nichts Okay, er ist deaktiviert Da ist unser Freund da vorne rum Ich will ihn ja mit Strom töten Aber das kriege ich wohl irgendwie nicht hin Äh Äh Hm Ich stehe da vorne dumm rum und ich muss irgendwas mit ihm machen, aber ich weiß nie was Ich will nicht viel Schuhe mit der ganzen Mütze da reinpusten Das hat bis jetzt nicht allzu viel gebracht Der wird zurück Und jetzt kommen wir jetzt nur was bringen und Crouchen Mache Schänze mit dem Hm Vielleicht muss ich noch eine Aufnahmepause machen Und? Ob der Minion länger rumrätseln muss Mache ich kurz mit Komplettlösung Bis gleich!